Kennst du schon den Kuvas? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Der Kuvas stammt aus Ungarn und gehört zur Gruppe der Hütehunde und Treibhunde. Die weißen, großen Tiere sind imposante Erscheinungen. Sie sind zuverlässig und sehr wachsam. Gleichzeitig gelten sie als Individualisten. Der robuste Riese liebt den Aufenthalt im Freien und die Bewegung, Charakter und Merkmale des Kuvas. Der Kuvas ist auch als ungarischer Hirtenhund bekannt. Die Tiere sind sehr groß, mit einer Widerrisshöhe von bis zu 76 cm bei den Rünen. Die Hündinnen erreichen eine Höhe von 70 cm. Das Gewicht des Kuvas beträgt zwischen 37 und 62 kg. Er kann ein Alter von bis zu 13 Jahren erreichen. Das Haarkleid ist üppig, mit einer dichten Unterwolle. Das gewählte Fell ist weiß und die Haut schiefer Grau und deutlich pigmentiert. Elfenbeinfarbenes Fell kommt ebenfalls vor. Kopf, Ohren und Pfoten besitzen kurze, dichte und gerade Haare. Um den Hals bildet sich eine Halskrause aus längeren Haaren. Diese verlängert sich vor allem bei Rüden in eine deutliche Brustmähne. Charakteristisch für den Kuvas ist der keilförmige Kopf mit einem breiten Schädel. Die Stirn ist leicht hervortretend, mit einer Furche in der Mitte. Die leicht schräg liegenden, mannelförmigen Augen sind dunkelbraun. Solche Hunde haben ein kräftiges, regelmäßiges und gut entwickeltes Gebiss. Ihre Ohren haben eine V-Form und eine abgerundete Spitze. Sie sitzen mittelhoch am Schädel und liegen dicht am Kopf an. Typisch für den Kuvas ist auch die Körperform. Der Körper bildet ein liegendes Rechteck. Dieses weicht in seinen Maßen nur wenig von einem Quadrat ab. Insgesamt ist der Körper athletisch mit einer gut entwickelten Muskulatur. Der Kuvas ist ein typischer Herrenschutzhund. Er ist selbstbewusst, furchtlos und hat einen starken Charakter. Auch zeigt er klares Territorialverhalten. Personen und Gegenstände in seiner Obhut verteidigt er kompromisslos. Er setzt für diese auch sein Leben aufs Spiel. Die Tiere sind intelligent und eingeständig. Bei falscher Erziehung kann die Rasse aggressiv sein. Mit anderen Hunden verstehen sich die Hunde nur bedingt. Trotz seiner Größe ist der Kuvas sehr sensibel und benötigt stets einen Rückzugsort. Er ist kein typischer Familienhund. Trotzdem bindet er sich eng an den Menschen. Die Rasse liebt den Aufenthalt im Freien und benötigt sehr viel Bewegung. Die richtige Ernährung des Kuvas In puncto Ernährung ist der Kuvas sehr anspruchslos. Auch neigt er nicht zu Allergien oder Unverträglichkeiten. Am besten ist hochwertiges Futter mit einem hohen Fleischanteil. Es sollte zudem nur wenig Getreide enthalten sein. Getreidefreies Futter entspricht der Natur des Hundes, der ein Fleischfresser ist. Viel Fleisch ist also das Beste für die Gesundheit deines Kuvas. Große Hunde fressen mehr als kleine. Das gilt auch für den Kuvas. Die Futtermenge solltest du der Aktivität und dem Alter deines Hundes anpassen. Wichtig ist auch ein hoher Anteil an Proteinen aus Muskelfleisch. Diese unterstützen den besonders beanspruchten Bewegungsapparat der großen Tiere. Nass- und Trockenfutter sind für die Ernährung des Kuvas gleich gut geeignet. Auch eine Ernährung mit rohem Fleisch, sogenanntes Barfen, ist eine Option für die Tiere. Welten dieser großen Rasse brauchen kein Futter mit besonders vielen Nährstoffen. Dieses lässt sie nämlich sehr schnell wachsen. Die Folge können Probleme des Skelettsystems sein. Zahnpflegesnacks sind für die Zahnpflege des Kuvas geeignet. Auch Kauartikel sind Snacks und Beschäftigung für den Kuvas. Getrocknetes Rindfleisch ist hier eine gute Wahl. Bei einer gesunden Ernährung und der richtigen Pflege kann der Kuvas bis zu 13 Jahre alt werden. Die Pflege des Kuvas Der Kuvas ist in der Haltung ein anspruchsloser Hund. Auch bei der Nahrung hat er keine besonderen Ansprüche. Trotzdem ist ein Kuvas kein Hund für Anfänger. Er benötigt von Anfang an eine sehr konsequente Erziehung. Du musst dich auf einen Kuvas wirklich einlassen. Er braucht viel Zuwendung und Beschäftigung. Auch der Besuch einer Hundeschule ist ein Muss. Sein Rangordnungsempfinden ist sehr stark. Du musst ihm stets zeigen, wer der Herr im Haus ist. Bewegung ist für den Kuvas ebenfalls absolut notwendig. Ausgiebige, regelmäßige Spaziergänge sollten selbstverständlich sein. Die Tiere können das ganze Jahr über draußen sein. Sie benötigen Platz und eine Stadtwohnung ist absolut nicht geeignet. Am besten ist ein großes Grundstück. Dieses bewacht der Kuvas auch ohne Aufforderung sehr zuverlässig. Eine Haltung ins Finger oder gar an der Kette ist dagegen ungeeignet. Die Hunde müssen sich auf ihrem Territorium bewegen können. Der Kuvas behält stets seinen eigenen Kopf. Als Individualist taugt er nicht zum absoluten Gehorsam. Auch Spiele auf Kommando sind nicht sein Ding. Trotzdem brauchen die sensiblen Tiere immer auch Anschluss an ihre Menschen. Diese sind sie treue und zuverlässige Partner. Gleichzeitig ist ein Rückzugsort für die Hunde wichtig. Dies gilt besonders, wenn Kinder in der Familie sind. Generell ist bei einem Kuvas ab dem Welpenalter gute Sozialisation sehr wichtig. Hier sind vor allem die ersten eineinhalb Jahre entscheidend. Das Fell der Tiere braucht ab und zur Pflege. Regelmäßiges Bürsten ist ausreichend. Passendes Zubehör für den Kuvas Der Kuvas ist in Haltung und Pflege unkompliziert. Die robusten Tiere brauchen nicht viel Zubehör. Das Halsband muss gut sitzen und zur Größe des Hundes passen. Es darf die empfindliche Halsregion nicht einengen. Gebräuchlich sind Halsbänder aus Kunststoffen oder aus Leder. Leinen gibt es ebenfalls aus diesen Materialien. Für den Alltag reicht eine kurze Leine zwischen 2 und 3 Metern Länge. Auf längeren Spaziergängen kann die Leine auch etwas länger sein. Sehr lange Schleppleinen eignen sich für das Hundetraining. Näpfe für Futter und Wasser müssen für den Kuvas die richtige Größe haben. Praktisch sind auch ein Napfgestell oder rutschfeste Unterseiten. So bewegen sich die Näpfe nicht hin und her. Gerne gewähltes Material ist Edelstahl. Es lässt sich gut reinigen und ist sehr langlebig. Weitere Materialien für Näpfe sind Kunststoff oder Keramik. Eine Decke, ein entsprechend großer Korb oder ein Hundebett eignen sich für den Rucksugsort des Hundes. Kunstfasern sind hier das Material der Wahl, da es leicht ist und sich gut reinigen lässt. Spielzeug für den Kuvas sollte nicht zu klein sein. Das Tier muss es gut in die Schnauze nehmen können. Vom Ball bis zum Tau gibt es geeignete Varianten. Bei Holz ist Terte wichtig. Durch Später aus zu weichem Holz können sich die Tiere sonst verletzen. Eine Fellbürste ist bei dieser Hunderasse ein Muss. Sie sollte nicht zu fein sein. Auch Fellbürstenhandschuhe sind praktisch. Für den Transport braucht der Kuvas eine entsprechend große Box. Diese gibt es aus Metall und aus Kunststoff. Metallboxen sind relativ schwer. Daher ist eine feste Installation im Kofferraum sinnvoll. Es gibt aber auch Modelle mit Rollen. Herkunft und Geschichte des Kuvas Der Kuvas war in ganz Osteuropa verbreitet. Dort diente er als klassischer Herrenschutzhund zum Schutz der Schafherren. Die Rasse ist eng mit dem Kommandorverband. Dieser ist ebenfalls ein osteuropäischer Herrenschutzhund mit sehr alten Wurzeln. Beide Rassen sind erst 1905 festgelegt. 1954 erfolgte die offizielle Anerkennung. Aus dem 13. Jahrhundert existieren Aufzeichnungen über das Erscheinen des Kuvas in Ungarn. In späteren Jahrhunderten diente die Rasse auch zur Jagd auf Wölfe und Bären. Laut moderner Forschungen gibt es eine enge Verwandtschaft mit der Tibet-Docke. Auch die Zugehörigkeit zu den Mollersern hat sich bestätigt. Diese sind massige und muskulöse Hundetypen. Der Kuvas ist ein robuster Arbeitshund und sehr urwüchsig. In der Vergangenheit erfolgte früh eine Entdeckung als repräsentativer Begleithund für die betuchte Stadtbevölkerung. Auch als Wachhund fand er oft Verwendung. Heute ist die Rolle des Begleithundes vorherrschend. Auf diese ist die Rasse durch ihre Vergangenheit besser vorbereitet als viele andere Herrenschutzhunde. In Deutschland ist der Kuvas immer noch ein seltener Hund. Deutlich mehr Tiere sind dagegen in Osteuropa zu finden. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen. Hast du selbst einen Kuvas oder wie gefällt dir diese Rasse? Schreib es unten in die Kommentare.